Ja, und außerdem will ich Jeremies auch gar nicht abholen. Warum? Na, weil er zwei Jahre lang im Knast ist und ich bin nicht sein Kindermädchen. Okay. Ja. Ja. Ja, ich mach's, Papa. Ja? Also dann, bis später. Tschüss! Hi, Anna. Schenk ich dir. Komm jetzt. Ich hab nicht so viel Zeit. Schenk. Scheiße, das ist ungerecht! Was für ein Penner! Lass doch! Wiegen ein paar Klamotten! Spinnst du? Warum wehrst du dich nicht? Wozu? Was ist los mit dir? Wahnsinn! Was? Na du! Wie du dich verändert hast! Ich komm nicht mit rein! Okay! Wozu eigentlich dieser Ball? Bis bald! Und grüß Papa von mir! Mach's gut! Ruf mal an! Papa! 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 Untertitelung des ZDF, 2020